Komm schon, 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 komm schon. Jetzt kippen wir auch noch schön drunter. Ich habe es irgendwie kaum gesehen. Das war eine scheiß Aktion meinerseits. Ich glaube, das ist mein erster, erster wirklicher Tod gewesen gerade. Wow, das ist peinlich. Komm her. Ah ja, ich habe das Ding nicht dabei. Ich habe meinen Guardian Spirit nicht dabei, ich dab ich. Komm schon, komm schon, nicht aktivieren. Gut. Dann schauen, wo ich mich herunterfallen lasse, dass ich in ein Loch reinfliege. Das ist jetzt deine eigene Schuld. Ah, wo ist das Ding da drüben, wie das? Und das war es wieder für dich. Oh, verdammt, ich habe vergessen. Das ist mir schon wurscht, das ist mir schon vergiftet. Jetzt kann ich mich nicht mehr drüber und weiter erinnern. Ich weiß auch, ob es ein Kodama ist. Das Bödsdun. Das ist da drüben, ist noch ein Kodama. Dann die Ecke jetzt, dann. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, draus hier. Ich kann realisieren, dass ich noch so schwach bin gegen Gift. Hui. Ich könnte mir echt in die Hose gehen können. Richtig übel sogar. Ah. Au. Schau mal, wir gehen da rein. Puh, das war ja knapp. Nicht nochmal. Verstanden? Sehr schön. Ja, der da. Gut, wir haben auch tot. Aber wir haben noch nicht alle Kodama. Und deswegen bin ich noch nicht zum Boss weiter. Ah. So, hier könnten wir gar nichts, was von der Scheissack zu meinerseits, nein, so, ich weiß ja, irgendwo muss noch immer drum rennen, auch jetzt zuerst, ja, hier runter muss ich auch nochmal droppen da, weil da gibt es eine Kiste da hinten, so, da habe ich entweder eh jetzt gestorben oder ich jetzt gestorben, das war so wurscht schon, ach ja, dich habe ich vergessen aufzuheben, weil ich schon so viel damage gefressen habe, ja, was sagt's? Zwei da oben, ich soll so zwei weiter raufrennen, weil, ach, da hinten, oh, blutnutzlos, dann und runter, nein, danke, ich möchte nicht mitreden, jo, hab dich, alle Kodanus-Semissionen sind zum Schwein begleitet worden, sehr gut, das wollte ich lesen, hm, ja, ich heile mich noch einmal voll, ausgeben, ich will eigentlich mal eine ganz sachte Opfer und dann alles andere schauen noch, ich schaue mal, vielleicht sieht noch ein Level-Up aus, vielleicht haben wir Glück, äh, Level-Offering, hier muss ich einfach schnell auf durch, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, oder? Unlimited-Armor, brauche ich schon nicht, wenn, nein, ach, nein, luck, luck, sind alle so beschissen schlecht? Ja, machen wir mal so, 27k, brauche aber noch, oh, ich habe vielleicht noch Items, nur kurz checken, 4, nichts anderes, oh ja, hier, 18,000 da, das ist noch ein Level-Up, sehr gut, ja, komm, langsam wieder ins Spiel, nein, nein, das wäre 5, 12 Häuser, das wäre jetzt auf 13, auf 30 drauf, plus, 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 und Toughness, passt, dann schaue ich kurz da, ja, das sind Glimmering und die dann, das sind ja, es ist eigentlich nicht, Wurst, Skills, was ist da noch, ändern, das und oh, was haben wir hier, , ja, das brauche ich nicht, Fist, Protection, was gibt's hier, und ich sollte wirklich aufsparen jetzt. Ja, dann ist jetzt, wie es alle, ich wahrscheinlich geraten haben. Boss Time! Und ich werde wahrscheinlich ganz übel in den Arsch getreten. Ein Stein. Wirklich jetzt? Ja, das ist Gegengift, ich weiß. Eines. Ja, weiter. Los geht's. Das ist mein Hassgegen, weil es ist nicht nur ein Stein. Es sind nicht nur zwei oder drei. Es sind 50 davon. Sind die Piet. Man muss aber den lassen, das Ding schaut mit dem Schädel cool aus. Oh nein, 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 nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Aua! Wo geht's denn erhoben? Da geht's erhoben. Kann ich da rauf, bitte? Und dann ums 05. Shit, 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 shit. Fuuuck. Ok, klop, 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 klop. Ok, Herr. Um, noch um, noch um, noch um. Na, Platz. Das ist doch so verdammt schnell. Neuer Plan. Geh runter gleich. So langsame Waffen verwenden. Kann ich die ganze Zeit machen, das Cheesen. Schau mal her. Runter. Jetzt ist es nämlich so weit, dass ich angreifen kann. Oh shit. Fuck my life. Das ist jetzt ganz geschwind. Sicher. Nicht. Oh no you don't, bitch. Ich hab's out of bounds gerade gekillt, fällt mir auf, ich voll idiotisch. Ich hab's doch scheiß, wie ich out of bounds gekillt. Lass mich raten, da hinten liegen jetzt alle Sachen. Out of fucking bounds. Ah ja, das, ja man hat da kurz was, man sieht's ganz schwach, ganz schwach sieht man's. Mal richtig einstellen. Mal richtig einstellen. Man sieht ja ganz gut so was lilanes durchleuchten. Ja da hat man's ganz gut wieder gesehen. Wenn man das jetzt kurz gesehen hat, auf der linken Seite. Ich hab das scheiß wie was versehen auf Bounds gekillt, weil ich's nicht wegrennen lassen wollte. Weil ich nicht genug Verteidigung hab. Na fuck my life. Äh, könntest du runter? Ah fuck it. Anfängerfehler war das meinerseits. Und das Problem ist, es ist nicht so wie in Dark Souls, wo man die Gegner einfach runterstößen kann und dann einfach kurz das Gebiet neu laden kann und das liegt einfach da. Nein, ich muss die ganze Mission nochmal rennen, dass sie die scheiß Sachen kriegt. Ich meine, was soll die Kacke? Na gut, ich hab niemanden außer mich selbst an die Nase zu fassen. Ich hab nämlich, na gut, ich hab mich nicht getraut, weil ich hab keine Energie mehr gehabt. Ich hätte natürlich gleich drauf schießen können, es macht mehr Damage. Was soll's. Jetzt weiß ich's besser mal wieder. Was haben wir denn da hier, Life, Item Drop Rate, 10 Enemies. Ah, das ist besser. Oh ja, das ist jetzt alles. Da eine Mission. Zeig alle den Spirits, wie man da bekommt. The Three Angry Gods. Da. Weitern auf Feier möchte ich jetzt nicht wirklich machen. Ah, da hätten wir den. Was soll's. Das Ding nicht. Oh. Was soll's. Besser. Butsch. Waffen. Mama mia. Ja. Na endlich. Nein. Warte. Doch. Eins. Eins. Davon hab ich die meisten. 65. Aber für die Ignaz krieg ich nie irgendwas. Was soll's. Kurze Wette. Ich krieg ein gelbes. Gelb oder weiß. Ja. Das weiß. Ja. Mach's noch einmal. Jetzt krieg ich ein Blaues. Komm schon. Hier muss Gescheites. Geht doch. Aber es ist trotzdem scheiße. Mach mal kurz was anderes. Ich sag kurz. Forge. Waffen. Stamina. Hui. Hätte gern. Fisch. 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 Ja. Mach mal dich auch. Wurscht. Gesamtgewicht. Oder wie wird das gerechnet? Total weight of a. Oh nice. Weaken arm or legs. Weak. 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 Und dich noch einmal neu. Nein. Hm. Grundsätzlich nur High Damage. Aber trotzdem. Noch einmal. Noch einmal. Boom. Willst du mich verarschen? So ist. Das ist halt wegen dem Change Detective Stamina. Auf a. Ich kann gar nicht nur wirklich tauschen. Weil das ist trotzdem schlechter als das. Disassemble. Dich und dich. Das andere behalte ich mir. Ah cool. Ne. Hm. Sorry. Ähm. Kurz zum Schauen. Dojo. Habe ich noch nichts Neues. Da rein. Gibt es auch noch nichts Neues. Ich weiss das Ding kurz ins Storehouse. So. Ähm. Ja. Wie gesagt. Machen wir dir eine Nebenmission hier. Da kriegen wir zwei Schutzgösser noch dazu. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Es ist immer noch peinlich, dass ich bei dem einen Scheiße gestorben bin. Es ist echt peinlich. Und dann machen wir den ersten Gegner. Ich muss das Ding wieder umschalten. Okay. Oh. Ja. Ippen entlang. Oh ja. Au, ok. Au. Au. Komm runter, Mann. Ah, hab ich nur das Dachstück gehabt bekommen, das stark ist. Eindlich schon, das ist besser in allem drum und dran. Au. Au. Achso, servus. Ok. Ok. So. Etwas noch so was von wurscht. Ey du da. So, jetzt müssen wir hier den Gegner noch töten, komm her. Oh cool, wir sehen nicht mal noch am Gegner. Oh, warte jetzt. Die Range ist ein schöner Vorteil. So. Ergärs, danke. Ok. Ok. Ok.